Challenger ist so von mir das absolute Lieblingsakt New Muscle Car, nennen wir es mal, also von den Neuen. Ich würde das Ding jedem Mustang vorziehen, ich finde die Mustangs sind in Ordnung, aber ich finde Challenger einfach noch ein Tacken geiler. Das ist einfach so meine Meinung. So, hier vorne müssten wir doch schon hin, da ist er doch, der Straßentuner. Ziemlich runtergekommen, muss man mal sagen. Aber damit dreht man den Ort noch mal.